Hallo meine Freunde, recht herzlich willkommen zum heutigen Thema. Joa, wann ist Cut, Cut, wann ist Ungeschnitten, Ungeschnitten gekommen bin ich auf dieses Thema durch mein letztes Video, Showdown in Little Tokyo und ein, zwei Kommentare unter dem Video, in dem man sowas hören musste wie, ja bei dem Film handelt es sich ja nur um die R-Rated-Fassung und nicht um die Unrated-Fassung, der Film ist somit unbrauchbar und das sind so Sätze, die höre ich persönlich nicht so gerne, weil sie nicht ganz stimmen und eigentlich auch nur eine persönliche Meinung der jeweiligen Leute sind. Man muss natürlich respektieren, wenn es Leute gibt, die sagen, hier für mich gibt es nur die Unrated-Version, wenn es eine Unrated-Version gibt, aber meiner Meinung nach muss man es halt auch so akzeptieren, wie die Filme in die Kinos gekommen sind, was natürlich hauptsächlich, sage ich jetzt mal, auf die USA zutrifft. Bei uns hat ja der ein oder andere Film im Kino so ein bisschen andere Fassung bekommen als in den USA. Es gibt sogar Filme, die sind bei uns ein bisschen brutaler ins Kino gekommen als in den USA und wie immer hängt das natürlich mit der Altersfreigabe zusammen. Auch in den USA werden Filme zurecht gemacht, sagen wir mal, um ein bestimmtes Rating zu bekommen, für die Kinos natürlich in der Hoffnung, mehr Zuschauer in die Kinos locken zu können. Da haben wir natürlich auch so Negativbeispiele wie zum Beispiel die Venom-Filme, die dann extra, ich sage jetzt mal, kindergerecht gemacht wurden. Aber es gibt halt auch Filme wie Showdown in Little Tokyo, die dann halt ein R-Rated bekommen haben, damit sie halt noch im Kino ein paar Leuten mehr zugänglich sind. Also wir reden jetzt hier davon, dass ein Film mit R-Rated ins Kino gekommen ist und nachträglich gab es dann halt noch eine Unrated-Version, also eine unbewertete Version, die es dann irgendwo mal auf DVD oder so geschafft hat. Und darum soll es sich jetzt so ein bisschen drehen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange dieser Audio-Log gehen wird. Ich habe mir so ein paar Filme jetzt mal hier rausgenommen. Es sind auch Alternativ-Versionen dabei, also jetzt nicht unbedingt Unrated-Wortwörtlich, aber ich möchte jetzt so mal auf das Gesamtthema eingehen, weil wenn eine gewisse Filmreihe so auf den Markt kommt, es gibt da ja immer mal so ein paar spezielle Filmchen wie zum Beispiel Scream oder Nightmare on Elm Street, die Reihe auch bei Saw und so weiter, dann hört man immer wieder mal gerne so, ah, kannst du vergessen, geschnittener Dreck, kauf ich nicht, wieder nicht die Unrated-Fassung drauf und wie man es halt kennt. Für alle, die noch nicht wissen, wie sie herausfinden können, ob ein Film jetzt geschnitten oder ungeschnitten ist, dem empfehle ich wie immer die Seite ofdb.de, denn dort kann man schön anhand dem Scherchen-Symbol vor einer DVD-Blu-Ray-Veröffentlichung, Kino-Veröffentlichung etc. pp sehen, ob der Film geschnitten ist in der und der Fassung. Ist da keine Schere davor, ist der Film auch nicht geschnitten. So eben auch zum Beispiel bei Showdown in Little Tokyo. Die R-Rated-Fassung hat ungefähr 20 Sekunden Unterschied zur Unrated-Fassung. Ein paar Frames hier und da, eine Messerumdrehung, ein paar Spritzer Blut mehr etc. pp, wie es halt meistens so ist. Ähnlich ist es in diesen ganzen Horrorfilmen, wie zum Beispiel Scream, da fehlen ja ganze 6 Sekunden in der R-Rated-Fassung. Oder bei Nightmare on Elm Street, wo 7 Sekunden fehlen. Äh, Zaw, sogar der erste Teil von Zaw war bei uns wohl im Kino. So, 24 Sekunden kürzer als der Directors Cut, also der Unrated-Directors Cut. Waren diese Filme denn jetzt wirklich alle geschnitten? Oder hat man halt nachträglich einfach nur mehr bekommen? Das ist hier die Frage. Und das spaltet meiner Meinung nach immer so die Filmgesellschaft. Ich bin ja einer, der die Meinung vertritt, so wie die Filme in die Kinos kommen, ähm, ja, kann man sie durchaus als ungeschnitten ansehen. Wenn die zum Beispiel mit einem R-Rated ins Kino kommen. Ähm, für mich ist wirklich geschnitten nur eine Fassung. Nehmen wir mal als Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir mal Thrive zum Beispiel. Mein Lieblingsfilm Thrive, der ist ja ab 18 Jahren. Und davon kam dann irgendeiner auf die glorreiche Idee, auf DVD noch eine 16er-Version rauszubringen. Das ist für mich geschnitten und sowas wird auch auf OFDB als geschnitten markiert mit einem Scheren-Symbol. Na, diese ganzen Unrated-Fassungen, wie sie ja immer so beschworen werden in den Filmforen, die liefen halt so meistens nie im Kino. Aber deswegen sind die Kinofassungen nicht Cut. Na, äh, ja, so ist es halt. Und jetzt kommen wir zu diesem Punkt, wo ich gerne überspringen möchte von R-Rated, Unrated, zu längeren Filmfassungen auf DVD und Blu-Ray, die so bei uns nicht im Kino gelaufen sind. Na, nehmen wir mal zum Beispiel der Film Con Air. Con Air, lange, lange Zeit war der Film ab 18 Jahren freigegeben. In der, ich nenne es jetzt mal, Kino-Version. Und irgendwann kam dann eine Extended Edition mit mehr Gewalt sehen etc. pp. Und ich glaube, die wurde, wurde die nicht sogar auch ab 16 freigegeben. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber es gibt eine Extended Edition, die es bis dato bei uns nur auf DVD geschafft hatte. Ist jetzt also diese Original Con Air Version, die man kaufen kann auf DVD, auf Blu-Ray, die Uncut ist, die so zuerst im Kino war und zuerst auf den High-Medien, ist die jetzt also Cut, nur weil es eine Extended Version gibt, die über 6 Minuten länger geht. Nehmen wir mal den berühmten Film Pearl Harbor. Pearl Harbor kam mit FSK 12 in die Kinos. Ja, und auch auf DVD und Blu-Ray übrigens. FSK 12, mehr so, ja, gefühlt ein anderer Film als der brutalere Directors Cut, der dann auch als DVD Special Edition hinterher geschoben wurde irgendwann. Und der jetzt mal abgesehen von den ganzen Schnitten und Änderungen, die es da gibt, eine Minute und 6 Sekunden länger geht. Allerdings sind das beides im Prinzip fast 2 verschiedene Filme, weil der Directors Cut, der hat ein bisschen weniger Romanze, weniger Story, dafür mehr Gewalt sehen. Aber die haben es halt so hinbekommen mit den ganzen Schnitten etc. pp., dass es von der Laufzeit her am Ende nur 1 Minute und 6 Sekunden sind. Ist jetzt Pearl Harbor die Kino-Version geschnitten? Ja oder nein? Dann haben wir noch diese ganzen anderen üblichen Filme. Ich habe jetzt so die erstbesten genommen, die mir halt so eingefallen sind aus der damaligen Zeit, aus der aktuellen Zeit, wo halt nachträglich noch längere Versionen rausgekommen sind. Nehmen wir mal die Lethal-Rappen-Reihe, die damals zum Beispiel in den Kino-Fassungen rausgekommen ist und später die etwas runderen Directors Cuts, unter anderem auch auf DVD erhältlich, oder ich glaube sogar nur auf DVD, auf Blu-Ray haben wir auch die Kino-Fassungen. Sind die Kino-Fassungen jetzt Cut? Nein, sind sie nicht. Die Directors Cuts sind wahrscheinlich vorzuziehen, aber deswegen sind die Kino-Fassungen nicht Cut. Auch so Filme wie Batman vs. Superman, Justice League, die wurden alle fürs Kino zurechtgeschnitten. Und später, mal früher, mal etwas einige Zeit später, kamen jetzt viel, viel längere Versionen fürs Heimkino auf dem Markt. Sind die ursprünglichen Versionen jetzt Cut oder nicht? Oder ist es halt einfach eine Kino-Version, die dem Publikum so präsentiert wurde? Es gibt da noch ein Dutzend andere Filme. Gerade im asiatischen Bereich gibt und gab es sehr, sehr viele Filme, die bei uns in Deutschland stark, mega stark gekürzt wurden. Da fragt man sich generell, ist der Film nicht allgemein als Cut einzustufen, wenn bei uns irgendein Film auf den Markt kommt, der, sagen wir mal, wo 40, 45 Minuten im Vergleich zum Original fehlen, weil man der Meinung ist, man könnte dem weltweiten Publikum nicht allzu lange Filme antun und schneidet dann halt mal 40, 45 Minuten raus. Sind die Filme dann bei uns Cut oder Uncut? Wenn sie bei uns als, in Anführungszeichen, teilweise sogar Uncut, auf dem Markt beworben werden. Dann haben wir Filme wie die Alien-Filme, die von Ridley Scott dann nachträglich noch bearbeitet wurden. Was ist da jetzt Cut und Uncut? Sind jetzt die Directors Cuts Uncut und die ursprünglichen Versionen Cut? Meiner Meinung nach nicht. Aber, wenn man jetzt nochmal auf das Ursprungsthema zurückkommt, ist es ja so, dass die Kontrapartei, sage ich jetzt mal, die schreien ja immer, nee, 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 es gibt eine längere Version, also ist die kürzere Version Cut. Dementsprechend müsste man ja jetzt bei den Filmen, die ich jetzt genannt habe, auch davon ausgehen, die kürzeren Versionen, die älteren Versionen, die sind alle Cut, die sind geschnitten, die sind unbrauchbar, die sind Dreck. Denn es gibt ja mittlerweile viel längere, Schrägstrich, bessere, Fragezeichen, Versionen auf DVD und Blu-ray-Disc. Und das ist halt meiner Meinung nach ein Punkt, den man halt so einfach nicht stehen lassen kann, ob es jetzt einem gefällt oder nicht. Man kann ja sagen, okay, es ist jetzt leider nicht die Unrated-Version, aber dann diese Sprüche, die dann teilweise immer kommen, ob sich da jetzt jemand angesprochen gefühlt oder nicht, das ist mir jetzt egal. Allgemein ist diese Verallgemeinerung in diesen sozialen Medien nicht mehr zu ertragen. Der Film ist unbrauchbar, der Film ist Schmutz, der Film ist Dreck, ist ja nur die R-Rated-Variante. Selbst wenn du einen Film hast, wo irgendwie ein, zwei Szenen fehlen, hauptsächlich so aus dem Splatter-Bereich, unbrauchbar. Hast du aber jetzt zum Beispiel so einen James-Bond-Casino-Royal-Film, wo die wenigsten Leute wissen, dass da bei uns eine Kopfnuss rausgeschnitten wurde im Film, davon redet kein Mensch dann. Ja, unbrauchbar, nicht die Version, die ursprünglich geplant war und tralala. Auch die Expendables-Filme, die dann nachträglich von Stallone und seinem Team da noch bearbeitet wurden für den Heimkino-Bereich, auch da gibt es Extended-Versionen, noch längere Versionen, nachträglich Gewalt eingefügt etc. pp. Deswegen sind doch die Kinofilme und die ursprünglichen Versionen keine geschnittenen Filme gewesen. Natürlich, es gibt auch Filmversionen, wo rein aus Geldgier noch was nachgeschoben wurde, wie zum Beispiel bei Gladiator, wo da noch 16 Minuten geschnittenes Material wieder eingefügt wurde. Ja, muss man im Prinzip jetzt nicht drüber reden, dass das rein aus finanziellen Gründen noch mal rausgehauen wurde. Es gab auch mal in diesem Zeitpunkt so eine Reihe von Filmen, wo immer längere Editionen rausgekommen sind. Es gibt Filme, die generell auf DVD, Blu-ray zur Veröffentlichung länger rauskommen als die ursprüngliche Kino-Version. Meistens nennt man es dann auch Extended-Version, Directors, gerade manchmal sind es ein paar Szenen, manchmal sind es ein paar Minuten. Aber deswegen ist doch die Ursprungsversion nicht cut, ist doch nicht geschnitten. Es sind einfach, keine Ahnung, ich verstehe nicht, wie man so stur sein kann in diesem Bereich. Natürlich ist es so, dass Filme zurechtgeschnitten werden für die Kino-Veröffentlichung. Ist doch logisch. Es ist doch absolut logisch. Aber deswegen sind die doch nicht geschnitten. Es ist die Version, die das Studio in die Kinos bringen wollte und gebracht haben. Wenn die dann auf DVD erst mal die Kino-Version bringen und danach eine längere Version oder direkt eine längere Version, ist doch die Ursprungsversion nicht cut, nicht geschnitten. Man bekommt doch einfach nur noch mal was Zusätzliches. Meistens, weil die halt noch mal zusätzlich Kohle haben wollen. Im Optimalfall, wie gesagt, bekommt man direkt zur Veröffentlichung eine längere Version. Manch ein Studio macht dann halt gerne mal erst die Kino-Version und ein halbes Jahr, ein Jahr später, gibt es dann halt eine längere Version, die dann ursprünglich irgendwo aufgetaucht ist. Aber wenn doch schon bei diesem Splatter-Film, bei Filmen mit wenigen Sekunden Frames dermaßen jedes Mal rumgepöbelt wird fast schon, dieses Mi, 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 ja, ist ja okay für die Leute. Dann ist es halt so. Aber ich möchte gerne mal in euer Filmregal gucken, was für Versionen ihr dann von diversen Filmen im Regal habt, wo es mittlerweile schon längere Versionen gibt. Dann dürftet ihr nämlich die Ursprungsversion überhaupt nicht im Regal haben, sondern immer die aktuell längste Version kaufen und ins Regal stellen. So, und das waren meine Worte zum Sonntag sozusagen. Ja, so, das Diskussionsthema kann jetzt auch wieder gern der ein oder andere kleine YouTube-Kanal abgreifen, falls ihm die Ideen ausgehen. Gibt es ja auch so ein paar Spezialisten. Ist mir relativ wurscht. Ja, gut, ich finde es ein bisschen einfallslos, aber letztendlich kann ja jeder machen, was er will. Aber ich finde das ein gutes Diskussionsthema und bin mal gespannt, wie da eure Meinungen so sind. Für mich nochmal jetzt zum Ende klarzustellen, ja, ich bin gegen geschnittene Filme. Aber die Definition von geschnitten, die habe ich wohin erklärt. Ich bin gegen geschnittene Filme, wenn es im Heimkino-Bereich eine, ich nenne es jetzt mal Uncut-Fassung gibt, aber dann aus Geldgründen absichtlich nochmal für den Heimkino-Bereich, was weggeschnitten wird, um da zum Beispiel ein FSK 16 dafür zu bekommen. So, damit sind wir durch. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wir hören uns. Macht's gut.